Liebe Steiner Freunde, willkommen beim Steiner Meister. Heute präsentiere ich euch ein Superset Retro TV. Ja, Television ist doch super ein Fernseher, wie früher. Und was man damit machen kann und wie das funktioniert, wie die Steiner sind, alles in diesem Video. Und zuerst noch eine Information. Natürlich habt ihr sicher dieses Video gesehen. Retro PC, 90er Jahre. Das ist ein super Ding. Und ich bin gespannt, ob es das mit dem aufnehmen kann. Im Amazon Shop und so weiter zu haben, auch natürlich in eurem Shop eures Vertrauen. Fantasy ist super. Ja, das ist genial. Dieses Set muss man einfach vielleicht auch haben. Und ich werde euch zeigen, warum ihr, wenn ihr YouTube macht, wenn ihr eine gewisse Präsentation macht, dieses Set natürlich genial ist. Das alles in diesem Video. Ja, zuerst mal zu diesem Video geschaut. Ja, dann alles gut. Wenn nicht, dann unbedingt schauen. Es nützt natürlich bei mir immer, Abo zu abonnieren. Dann seht ihr, wie sie sich entwickelt. Es ist auch eine Story dahinter und so weiter. Und dieses Set war der Hammer, Hammer, Hammer. Ja, das muss man hammer. Das Set hier. Das ist genial. Aber wir tun das auf die Seite, weil wir wollen uns ja nicht um dieses Set kümmern, sondern um dieses und wir machen mal das auf. Ja, da seht ihr, das ist ja noch gar nicht fertig gebaut. Da fehlt noch etwas, ja. Ich wollte euch das zeigen. Die Scheibe hier, die ist nämlich verpackt und das finde ich schon super, dass es eine verpackte Scheibe gibt, die damit weniger Kratzer hält. Ich habe gesehen, dass es einen ganz kleinen Kratzer gegeben hat. Das sieht man nicht, wenn man durchschaut, aber schade. Das kommt natürlich, weil die Steine sind natürlich trotzdem drinnen. Und es gibt eine Fläche, die ist weicher und es gibt eine härtere. Und die weichere geht nach vorne und die kommt da in den Schlitz hinein. Und dann kommt hier oben dran noch die Abdeckung rauf. Und schon haben wir das verbaut und dann seht ihr das. Und da kann man natürlich hier so ein Ding reinstecken. Das kennt ihr noch früher vom Fernsehen. Wenn ihr schon länger, ja, unterwegs seid wie ich, so in der 50er, früher um 12 Uhr fertig, dann gab es das über die Nacht. Da wurde nicht Fernsehen geschaut, da konntet ihr es vergessen. Es wird dann später durch die Befase dann aufgelöst. Und dann können wir das zumachen und können hier das hier dran. Und wir können es hier noch positionieren, da gibt es noch so eine Verknüpfung. Und da seht ihr jetzt, das ist doch schon cool. Das Einzige, was vielleicht nicht so ganz cool ist, sind da diese Gelben auf der Seite, wo ihr das seht. Da, wo es reingeklemmt ist. Das sieht natürlich nicht so super aus. Da wäre es super Phantasi, wenn das durchsichtig wäre. Einfach als Tipp, als Impulation. Rein die Anleitung, natürlich einfach ein cooles Ding, hier das Ganze zu bauen. Und ihr seht, das ist einfach. Das ist markführertauglich. Und da kann jeder Mann und jede Frau, die gern das bauen möchte, das bauen. Und man sieht auch zum Teil dann umrandet mit Farben, wo man das reinstecken oder rein noppen soll. Das ist doch cool. Und sie haben natürlich ganz viele gute Sets, die man haben kann. Bötig Brands habe ich noch nie gebaut. Cool ist auch dieses. Diese Variante hier vorne. Wenn ihr denkt, ja, für was ist das? Das war früher so. Oma, Opa, alter Fernseher, der war teuer, der war teuer. Und er war natürlich schmutzaffin. Vor allem staubaffin, ja. Und dann hat man diese Häckerchen drüber getan und damit den Fernseher geschützt, dass der nicht voll Staub war. Und so weiter. Aber eigentlich verstehe ich es nicht, weil es wäre besser, wenn man es hier drauf stellt. Weil, top, passt das doch viel besser. Sieht doch schöner aus. Also, ich verstehe es nicht, aber ist so. Kommen wir zu den Details. Eben, ihr habt gesehen, hier das Ganze so gemacht, dass man hier eine Scheibe hat. Man hat hier zum Drehen, da gibt es einen Drehknopf. Und man kann hier diese noch oben legen. Ja, das war früher so. Ja, früher Empfang. Drei Sender, vielleicht ein Sender. Und da muss man es richtig positionieren. Und da hat er noch andere Dinge, die man draussen positioniert hat, damit man ein bisschen Empfang hat. Ein bisschen Empfang. Und es war hier schon ein Farbfernsehen. Vielleicht war diese Vintage gerade die Wechsel. Bei Farbfernsehen gab es auch nicht immer. Früher war es dann schwarz-weiss und dann plötzlich kam der Farmfernsehen. Ja, am laufenden Band. Rudi Carell. Und so weiter. Dalli Dalli. Ja. Wetten das natürlich. Mit Frank Elster noch früher. Ja, und dann Thomas Gottschalk. Und so weiter. Joachim Fuchsberger war einer meiner Lieblingsmoderatoren, Showmaster. Natürlich nicht vergessen. Die unvergesslichen Schweizer. Verstehen sie Spass? Ja. Kurt Felix und Paolo. Ha, das waren noch. Da war natürlich Elmi Steinberger auch so bekannt. Und da war auch mein Dialekt so beliebt im Fernsehen. Ich verstehe nicht, dass alle Leute sagen, ja, warum? Der Steinmeister, der redet nicht ganz im Hochdeutsch, im perfekten Hochdeutsch und so weiter. Warum hat er immer noch so ein Schweizer Dialekt? Hey. Das ist meine Natur. Das ist meine Heimat. Und früher war das super. Die Leute haben uns gefreut und so weiter. Daumen. Tja, nicht allen Leuten kann man es recht machen auf YouTube. Ist so. Aber es ist mein Markenzeichen und das lasse ich auch so. Auch wenn mein Deutsch immer wieder besser wird, muss ich aufpassen, dass ich dann plötzlich nicht als Hochdeutscher durchgehe. Nee. Werde ich nie, weil ich immer wieder Wörter verwende, die man eben vielleicht nicht im Hochdeutschen angesiedelt hat, sondern mehr Dialektsprache ist. Aber egal. So. Das kann man hier öffnen. Und hier mit der Funktion hier kann ich das Ganze hier öffnen, zu und zu machen. Und da hat es auch einen Spanner. Ja, ein Spanner ist da drinnen. Und der spannt das Ganze und dann geht es wieder zurück in die Position. Und die Idee ist, dass man hier ein Telefon einspannt. Ja. Ein Telefon anspannt. Ich habe zuerst gedacht, das ist doch zum Zu- und Auf- und Zumachen. Nee. Das ist hier oben und da hat man nur eine Noppe. Funktioniert. Aber ist ja nicht so schwer, das Ganze. Und das hält hier vorne. So. Was kann ich hier noch sagen? Auf der Seite natürlich. Hier Schlitze zum Öffnen. Und eben hinterher, was cool ist. Hier hat es auch so eine Wölbung. Wie es früher war. Weil da waren die Fernseher nicht im LED-Format. Die waren dicker. Das war anders. Von hinten dran wurde bescheint. Von vorne das Ganze dargestellt. Und darum musste das so sein. Und dann, es gab auch noch grössere Wölbungen. Also ich hatte einen, der hatte gute Auflösung. Der war riesen. Und die waren schwer. Eieieiei. Die waren schwer. Wahnsinn. Was dort drinnen war. Und... Eieiei. Da musste man ein grosses Fernsehmöbel haben. Optimal hatte man ein Fernsehmöbel wie Friends. Gross. Ja. Eingebaut und so weiter. Da konnte man aufmachen und dann Fernsehschauen. Ja. Das war doch noch Zeit. Wir haben hier auch Anschlüsse. Weil hier vorne ist ein Lautsprecher. Und der Lautsprecher hier vorne, der ist nicht so perfekt vom Sound. Und da hatte man hinten dran Ausgänge, damit man dort eine Stereoanlage oder Lautsprecher anschliessen konnte. Ich hatte das früher auch. 3D Surround. Das war super. Da ging es wie im Kino. Aber das Bild natürlich klein und so weiter. War nicht voll. Das Einzige, was man sagen kann bei diesem Set hier. Natürlich. Die Grösse. Die Breite. Passt nicht ganz. Weil die Fernseher war eher höher. Aber das ist geschuldet, weil man hier eben ein iPhone reintun kann. Und ich kann das mal euch präsentieren. Muss jetzt natürlich das iPhone, das ich jetzt euch immer im Kleinen gezeigt habe, unterbrechen. Und das mache ich jetzt. Und jetzt werdet ihr es nur noch im Grossformat mich sehen. Ohne Kamera. Weil ich habe ja nicht zwei iPhones. Das ist zu teuer. Nein. Und der Letzte. Seit ich das Ganze neu installiert habe. iPhone. Irgendwie der Speicher. Fotos. Synchronisiert nicht richtig mit iCloud. Ich weiss nicht, was es ist. Aber egal. Darum gibt es kein Speed Build Video. Aber egal. Habt ihr gesagt. Ist auch nicht so schlimm, wenn es mal nicht kommt. Okay. Nehme ich das. So. Jetzt habe ich das Handy bei mir. Und jetzt gehe ich auf YouTube. Da habe ich ein Video. Herzlich willkommen in meiner Noppenstein-Welt. Das ist cool. Und das coole ist an YouTube. Warum verwende ich jetzt das? Weil ich kann hier verwenden, zusätzliche Einstellung, dass das Video wiederholt wird. Hier. Video wiederholen. Das kann ich einstellen. Weil ansonsten das Ganze nicht so funktioniert. Also Video wiederholend. Eingetan. Und draufgeklickt auf das Video. Gross gemacht. Und nach vorne genommen. Und jetzt seht ihr das Purzel drunter. Da seht ihr das Video. Dann kann ich das hier rein spannen. Was ich gemerkt habe. Beim iPhone, da gibt es die Version Diashow und so weiter. Das hat bei mir aber jetzt nicht mehr gut funktioniert mit der neuesten Version. Ich weiss nicht warum und weshalb. Weil das Ganze war so, dass dann die Wiederholung klein geworden ist. Hat nicht funktioniert. Also iPhone, Apple. Ihr habt mich veräppelt. Aber ich mache das mal gross. Schaut mal. Wie cool das doch jetzt ist. Das könnt ihr natürlich zum Beispiel einem Livestream die ganze Zeit das Video so präsentieren. und dann zeigen, wie das auch läuft. Zu Livestream. Nach Informationen. Es wird ab Mitte November wird es wieder Livestream geben. Livestream geben mit verschiedenen Dingen. Ich werde zuerst natürlich ein Willkommensvideo machen. Dann werde ich euch mein neues Logo präsentieren. Wenn ihr da Interessen habt, könnt ihr mir melden. Dann können wir euer Logo anschauen. Warum seid ihr gekommen und so weiter. Das ist offen. Da könnt ihr mitmachen. Es wird dann auch ein Logo Rätsel geben. So ein Quiz, das ich einbauen werde. Und dann gibt es noch die Idee von meiner Seite. Ich werde eine Mitgliedschaft auch eröffnen in YouTube. Und das könnt ihr dann auch anschauen. und könnt euch sagen, wie ihr so das findet. Da könnt ihr auch live mitdiskutieren. Auch live dabei sein, wenn ihr bei mir meldet. Zum Beispiel einen YouTube-Kanal habt und so weiter. Und dann werde ich noch einen Shop eröffnen. Merchshop und auch darüber sprechen. Also das ist doch super. Und ihr seht, das kommt jetzt immer wieder das Video. Zwischendurch ein kleines Bildchen. Weil es mit anderen nicht geht. Aber das ist doch cool. Das kann man nebendran stellen. Einem Stream. Und dann kann man die ganze Zeit, wenn natürlich der Akku voll ist vom Gerätchen. Dann kann man das abspielen. Und dann hat man Freude. Und das ist doch super. Ich werde das in meinem Livestream live immer wieder zeigen. Ja, da hat man Werbung von sich her. Kann natürlich auch Werbung von anderen Firmen einsparen. Zum Beispiel von Pantasi. Äh, Pantasi. Super, super Sache. Super Firma. Ich bin froh, dass ich hier auch eine Partnerschaft habe. Und das so präsentieren kann. Ich fand den Retro-PC 90er Jahre super. Ich fand auch den Astro-Boy super. Und ich finde dieses Set auch super. Hat coole Steine. Ist im Vintage. Und macht doch Freude. Ja, schaut mal es an. Das ist doch super. Wenn man so etwas bauen kann. Und dann präsentieren kann. Und den Leuten zeigen kann. Und es funktioniert mit dem Handy. Und darum ist es eben nicht hochkantig. Sondern so. Das ist so. Wir sind froh. Ebenso. Ihr auch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis das nächste Mal. Euch Deine Meise. Und Tschüss. Merci. Danke. Tschüss. Tschüss. Und Tudio. Tschüss. Vielen Dank.